2 und 2. Ja, aufs Werner kommen wir zu. So Leute, jetzt haben wir mal einen Kreis. Du magst ja so viel Schneider. Was ist das Eis mit rein, Alter? Kann ich mit rein. Aber nimm die Spitze jetzt. Alle da? Ja. Ja. Zweite Halbzeit habt ihr vielleicht weg. Da war deutlich mehr Tempo drin. Vor allem auch in der Aktion. Wir hatten deutlich mehr Chancen rausgespielt. Hat lange gedauert, bis wir es dann auch treffen. Aber ich vermute fast, wenn wir hier kleiner Halbzeit ist und treffen, dass wir nicht vom Platz schießen. Aber die zweite Halbzeit war deutlich besser. Die erste Halbzeit war auch okay. Und 4-0 nehmen wir mit, ohne Gegentor. Was soweit? Ich hatte in der Halbzeit keine Notwendigkeiten gesehen, um zu stillen. Vielleicht mit euren Freunden zu sinken. Weil der hat zwei gute Gefühle. So macht sie kein 10 Hinten zu öffnen. Von daher, was das für ein 4-0 ist und gutes Ergebnis. Und jetzt sind wir heute 90er Menschen schnell vor Ort. Ja. Hallo. 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 Hallo.